Hallo Freunde, mein Name ist Orthut Steinführer. Heute ist Donnerstag, 17. März. Wir sind hier in Meran und wir brechen jetzt auf zu einer Tour nach Bozen und dann weiter zum kalteren See. Ungefähr 110 Kilometer. Wir sind hier in Meran. Wir sind hier in Meran. Wir sind hier in Siebeneich. Das ist so ein paar Kilometer vor Bozen. Die Sonne brennt und wir müssen uns ein bisschen ausziehen. Wir sind hier in Meran. 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 Diese hier sind hier in Meran. Wir sind hier in Meran. Wir haben heute hier in Meran, großen Heiterer See gemacht. Wir sind hier in Meran nicht um den See gefahren. sondern dann wieder zurück. Der See-Rundweg ist für Rennräder nicht geeignet. Ja, jetzt ist es 10 vor 4, die Sonne scheint und wir sind froh, dass wir es geschafft haben.